Popstar ist ne schöne Stadt, die wirklich viel zu bieten hat, doch gibt es nicht nur Sanssouci, die Parks und die Orangerie, nicht nur den Filmpark Babelsberg, den Pfingst und den Ruinenberg, Sizilienhof, den Heiljensee, den Einstein-Turm, die Poposchee, Potsdam, das sind nicht nur alte Steine, Potsdam sind auch 22 Beine. Turbine, Turbine, elf Freundinnen und wir, Turbine, Turbine, wir stehen hinter dir, Turbine, Turbine, mit voller Kopf voraus, ja, so sehen Siegerinnen aus. Ja, so sehen Siegerinnen aus. In den Karben, weiß und blau, steht hier jede ihre Frau, unser Team beweist, dass man Fußball auch mit Kopf spielen kann, und rollt die Lawine vor, fällt bald ein Turbine-Tor, jeder irrt sich, der da spricht, zum Schnellschießen preußenlich, die langen Katz sind lange schon fast wie, wir haben ja den ersten FFC. Turbine, Turbine, elf Freundinnen und wir, Turbine, Turbine, wir stehen hinter dir, Turbine, Turbine, mit voller Kopf voraus, ja, so sehen Siegerinnen aus. Wir holen den Park nach Potsdam, denn unser Team ist stark, Warnenburg ist wirklich keine müde Bahn, erfolgreich und sympathisch und mit Emotion, und bald schon singt das ganze Stadion. Turbine, Turbine, elf Freundinnen und wir, Turbine, Turbine, wir stehen hinter dir, Turbine, Turbine, mit voller Kopf voraus, ja, so sehen Siegerinnen aus. Turbine, Turbine, elf Freundinnen und wir, Turbine, Turbine, wir stehen hinter dir, Turbine, Turbine, mit voller Kopf voraus, ja, so sehen Siegerinnen, ja, so sehen Siegerinnen, ja, so sehen Siegerinnen aus.